Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Große Freiheit TV. Wir sind heute in Lüneburg an der Leuphana Universität und hier ist heute die Konferenzwoche. Das Highlight von der Konferenzwoche hat heute Richard David Precht mit Katja Kipping von den Linken diskutiert. Sie sind ja Deutschlands einer der bekanntesten deutschen Philosophen. Sie sind ja auch der bekannteste Vertreter des bedingungslosen Grundeinkommens. Warum brauchen wir denn das BGE? Also wir brauchen das zunächst mal aus ökonomischer Sicht deswegen, weil im Zuge der Digitalisierung die Anzahl der Menschen, die einer sozialversicherungspflichtigen Erwerbsarbeit nachgehen, im Vergleich zu denjenigen, die es nicht mehr tun werden, sehr viel geringer wird. Das heißt, unser gegenwärtiges Umlagesystem bricht zusammen, die geburtenschwachen Jahrgänge kommen, wir setzen immer mehr Maschinen ein, immer weniger Menschen arbeiten und immer mehr Menschen, andere Menschen werden älter und dann entsteht ein Ungleichgewicht, dann brauchen wir ein neues System. Und das bedingungslose Grundeinkommen ist ein schönes System, weil es die humanitäre Weiterentwicklung der bestehenden Gesellschaft ist. Wir haben früher gesagt, Wohlstand für alle, irgendwann werden wir jetzt sagen, Freiheit für alle. Und das ist so quasi im Sinne der Hochentwicklung, Höherentwicklung der Gesellschaft der nächste folgende Schritt. Okay, es gab jetzt in der Geschichte der Menschheit, gab es ja mehrere Revolutionen, da gab es die industrielle Revolution, die landwirtschaftliche Revolution, dann kamen die Computer mit dem Internet auch auf, da hieß es ja auch mal wieder, jetzt kommt es zu einer riesengroßen Massenarbeitslosigkeit, da gab es ja auch damals die Maschinenstürmer, warum soll es diesmal anders sein? Ja, also erstmal gab es zwischendurch ziemliche Arbeitslosigkeit während der ersten industriellen Revolution, man denkt an die Weber-Aufstände. Aber der entscheidende Punkt ist, warum es diesmal anders ist, ist, die Theorie sagt, dass der technische Fortschritt immer mehr neue Arbeit schafft, als der alte vernichtet. Das ist sozusagen die Theorie, wo sich die Konservativen darauf verlassen, dass es auch diesmal wieder der Fall ist. Da sind mehrere Denkfehler drin. Der erste besteht darin, dass die jetzt neu entstehenden Jobs zum Teil Arbeitsverhältnisse sein werden, als Big Data Analyst, als Virtual Reality Designer. Das kann ein Busfahrer, der in acht Jahren seine Arbeit verliert, weil die Busse automatisiert fahren, nicht leisten. Wer bei der Versicherung, bei der Bank oder als Bürokaufmann seine Arbeit verliert, der wird nicht automatisch in den neu entstehenden Jobs des neuen Zeitalters arbeiten können. Das heißt, selbst wenn einige neue Jobs entstehen, werden sie niemals auffangen können, was es alles für Menschen bedeutet, die einer relativ einförmigen, gleichförmigen Arbeit nachgegangen ist und für die in Zukunft keine Arbeit mehr besteht, weil sie von Maschinen erledigt werden. Es gibt auch viele Ökonomen, die sagen etwas ganz anderes. Es gibt zum Beispiel eine Studie vom Weltwirtschaftsforum, die sagen, die Digitalisierung unterm Strich schafft die sogar mehr Arbeitsplätze. Ja, ich finde das lustig. Also ich habe natürlich viel mit Ökonomen darüber diskutiert und auch mit vielen konservativen Ökonomen, vor allen Dingen mit denen, die es anders sehen. Und ich finde das immer lustig, dass sie irgendwelche Zahlen aus der Vergangenheit in die Zukunft hochrechnen. Also wir haben es hier mit Phänomenen zu tun, die können sie nicht exakt berechnen. Das ist völlig ausgeschlossen. Sie müssen aus ganz, ganz vielen Indizien versuchen, Wahrscheinlichkeiten zusammenzustellen, aber indem sie irgendwelche Zahlen addieren, kommen sie da auf gar keinen grünen Zweig. Sie können die Zukunft nicht messen und die Prognosen, ehrlich gesagt, müssen sie dazu sagen, auf dem Weltwirtschaftsforum war die einhellige Meinung, bis auf wirklich, muss man sagen, ganz wenige Ausnahmen. Und zwar von Jahr zu Jahr werden die Szenarien, was die Leute hinter verschlossenen Türen erwarten, wie groß die Arbeitslosigkeit wird, immer größer. Es ist nicht die einhellige Meinung, dass da jetzt Millionen neue Jobs entstehen. Okay, Sie haben, ich glaube, das war im Interview beim Gipfeltreffen, haben Sie gesagt, das BGE wird kommen, aber wie das bezahlt wird, das müssen die Ökonomen klären. Nö, das habe ich so, glaube ich, nicht gesagt. Ich hatte keine Möglichkeit, beim Gipfeltreffen in aller Ruhe die verschiedenen Modelle zu besprechen. Also ich überlasse das nicht irgendwie so, mal gucken, was da rauskommt, sondern da gibt es eine ganze Reihe handfester Überlegungen. Man kann sehr, sehr, sehr viel Geld über Finanztransaktionssteuern zusammenkriegen. Die spannende Frage wird sein, ob es eine Art Weltgemeinschaft gibt, die tatsächlich sich zu Maschinensteuern durchringen kann, weil das wäre auch im Interesse der Chinesen und der Amerikaner, welche einzuführen. Wir können Nachhaltigkeitssteuern machen, CO2-Steuern machen. Und wer bezahlt die Steuern? Die Frage verstehe ich nicht. Also wenn Sie eine Finanztransaktionssteuer machen, dann muss jeder, der eine Finanztransaktion macht, diese Steuern bezahlen. Aber die Robotersteuern, die Maschinensteuern, wer zahlt die? Nein, es ist ja so, bis dahin ist es ja so, dass der Arbeitgeber ja Sozialabgaben machen müssen. Und diese Sozialabgaben machen Sie statt für Menschen, jetzt für Maschinen. Okay, aber es ist ja so, ich meine, jeder, der hier BWL studiert, Ökonomie sich damit beschäftigt, erste Stunde. Da ist es so, dass die Unternehmen, wenn die Steuern bezahlen müssen, geht das in die Preise mit ein. Das heißt, letzten Endes müssen die Verbraucher diese Preise, diese höheren Preise bezahlen. Es ist doch nicht so, dass die Unternehmen jetzt mehr Steuern zahlen. Also wenn Sie Leute entlassen und stattdessen Maschinen arbeiten lassen für sich, dann entsteht da nicht ein Mehr an Steuerbelastung. Selbst wenn Sie eine Maschinensteuer machen, wird es wahrscheinlich weniger sein als vorher. Sie zahlen jetzt ja gerade Unternehmenssteuern, Sie zahlen ja Körperschaftssteuer und so weiter. Und machen sozusagen auf den Gewinn, dann machen Sie vielleicht mehr Gewinn, auf jeden Fall die Steuerbelastung steigt. Es ist auch nicht so, als ob die Maschinensteuer meine Lieblingssteuer wäre. Zumal sie eben das ganz große Problem hat, dass sie nicht national und schon gar nicht europäisch einführbar ist. Sondern Finanztransaktionssteuern sind einfach, weil das Geld, was da zustande kommt, ein irrsinnig hoher Betrag ist. Ein Betrag weit, weit über 200 Billionen überträgt allein die Summe der Finanztransaktionen, die von deutschen Banken und mit deutschen Wertpapieren gehandelt werden. Wenn Sie davon nicht mal ein Prozent abkriegen, hätten Sie ein Grundeinkommen für jeden finanziert. Das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte. Ich glaube auch, dass die Finanztransaktionssteuern unterm Strich die etwas bessere Idee sind. Okay. Die andere Frage, die immer wieder aufkommt, ist, wer wird denn dann die Drecksarbeit machen, wenn die Leute 1.000, 1.500 Euro erhalten? Wer will denn dann Kloß putzen zum Beispiel? An welche Drecksarbeit denken Sie? Kloß putzen? Kloß putzen. Ja, müssen Sie die Leute, die Kloß putzen, besser bezahlen. Okay. Führt das aus ökonomischen Gründen nicht auch einfach dazu, dass dann alles teurer wird? Und diese erhöhten Preise führen dazu, dass das BK dann nicht mehr reicht? Die Preise werden sich schon deswegen nicht erhöhen, weil eine wachsende Zahl von Menschen, die jetzt noch im Mittelstandsberuf relativ gut verdient, in Zukunft keine Arbeit mehr hat. Das Erste, was jetzt passiert, ist, dass die Preise eigentlich sinken würden und dass die Kaufkraft nachlässt. Und der Gedanke des Grundeinkommens ist, das, was jetzt ökonomisch verloren geht, also das, was an Kaufkraft und dem Binnenmarkt nachgelassen wird, im Grunde genommen wieder aufzufüllen. Es ist einfach eine andere Form der Verteilung, ob ich Arbeit besteuere, was ich übrigens grundsätzlich für keine so eine gute Idee halte, oder ob ich dort besteuere, wo Geld sich ohne Arbeit vermehrt. Im Grunde genommen ist es doch nur eine Frage, von welcher Seite ich das hernehme. Jetzt ist es ja gerade, dass in Finnland das BGE-Experiment beendet worden ist, da die BGE-Empfänger haben kaum neue Jobs angenommen und versuchten, auch selten etwas dazu zu verdienen. Würden Sie das... Ja, also das Spannende ist immer, wenn es solche Experimente gibt. Es gibt ungefähr 80 Experimente zum Grundeinkommen inzwischen. Ich halte von keinem was. Egal, ob das Ergebnis ist, was eine positive oder negative Lesart macht. Das ist auch völlig egal da drin. Sehen Sie, heute im Saal wurde diskutiert, wie toll das finnische Experiment ist, weil die Leute glücklicher waren. So, und da gibt es andere Leute, die sagen, ja, aber die haben jetzt keine neue Arbeit. Das waren auch zum Teil, ich habe ja Berichte darüber gesehen, Leute, wo ich auch nicht wüsste, für was man die eigentlich beschäftigen soll, die da das Grundeinkommen gekriegt haben. Ich würde die psychologische Frage nicht von einem Experiment von relativ wenig Geld in Finnland abhängig machen. Also mein erster Ansatzpunkt ist eine ökonomische Notwendigkeit im Zuge einer wirtschaftlichen Entwicklung, in der unser bestehendes Umlagesystem kaputt geht. Das muss man in allem Ernst überhaupt mal rezipiert werden. Und so zeitlich begrenzte Experimente gibt es ja auch in Kenia und was weiß ich was. Ich würde die Verhältnisse weder von Finnland noch von Kenia auf Deutschland übertragen. Ich halte von diesen Experimenten gar nichts. Sie sagen gerade, unsere Umlagesysteme gingen kaputt. Ich meine, seit 20 Jahren heißt es, okay, diese Systeme, die werden irgendwann gegen die Wand fahren. Wir müssen uns was Neues einfallen lassen. Jetzt ist wieder die Antwort, der Staat muss es wieder richten. Der Staat hat diese Systeme an die Wand gefahren sozusagen. Der Staat hat die Systeme hier aber auch erstmal geschaffen. Der Staat hat die Systeme geschaffen. Das sind ja staatliche Systeme, über die wir hier reden. Wir sehen ja, also ich bin Anarchist, wir sehen Anfang des 20. Jahrhunderts vor dem Wohlfahrtsstart, dem Bismarck nach und nach eingeführt hat, es gab in Deutschland gab es die Caritas, es gab es die Friendly Societies. Die Menschen haben sich freiwillig geholfen. Da hat es auch keinen Staat gebraucht. Da ist jetzt die Frage... Doch, da hat es den Staat gebraucht. Der Sozialstaat ist ja schon von Bismarck eingeführt worden. In seinen allerersten Grundzügen. Und wenn Bismarck und vor allem seine Nachfolger diesen Sozialstaat nicht immer weiter ausgebaut hätten, würden wir niemals in einem solchen unfassbaren Wohlstand, einer solchen Freiheit leben, wie wir das heute machen. Weil es ja völlig klar war, erst in dem Moment, wo man anfing, die Arbeiter gut zu bezahlen, sozial abzusichern und so weiter, hatten sie überhaupt erst die finanziellen Möglichkeiten, an der Gesellschaft so zu partizipieren, dass entsprechende Märkte entstehen konnten. Im Grunde genommen nützt der Sozialstaat der Wirtschaft ungemein. Naja, als Ökonomen würden jetzt natürlich was anderes sagen. Es gibt ja von Bismarck auch das berühmte Zitat, mein Sinn war es, die Arbeit in der Bevölkerung zu bestechen, um sozusagen... Ich weiß, die Sozialdemokratie abzuwürgen. Gleichzeitig hat die Sozialisten Gesetze gemacht. Nein, aber ich kenne überhaupt keinen ernstzunehmenden Ökonomen, der sagen würde, dass das Geld, was der Sozialstaat ausgibt, nicht wunderbar investiertes Geld ist zur Belebung des Binnenmarktes. Schauen Sie, ein Hartz-IV-Empfänger, der gibt sein Geld aus, der spart nichts, der kauft sich auch keine Yacht im Ausland, macht auch keine Finanzspekulationen auf den Cayman Islands, sondern alles das, was er kriegt, gibt er ja auch im Land wieder auf. Also Sozialstaatlichkeit ist für einen ziemlich erheblichen Teil auch Wirtschaftsförderung, zumindest Wirtschaftsförderung im Hinblick auf den Binnenmarkt. Sie müssen aufpassen, dass Sie nicht aus dem Bild rausrennen. Ja, ich habe auch nur noch eine Minute. Okay, die letzte Frage. Wir sehen ja immer wieder, früher war es das Waldsterben, das Ozonloch, heute ist es die digitale Revolution und der Klimawandel. Ist es nicht einfach das politische Geschäft, dass man den Menschen Angst macht und nachher mit der Lösung kommt? Oder Hegelsche Dialektik, um es anders auszudrücken? Also ich glaube, dass ziemlich viele Angst ja auch berechtigt gewesen ist. Also die Angst vor dem Klimawandel ist eine völlig berechtigte Angst. Und die Angst davor, dass es große Verheerungen geben wird in der Ökonomie durch die Digitalisierung, ist ebenfalls eine berechtigte Angst, die übrigens von konservativen Linken und so weiter quer durch alle Parteien geteilt wird. Und das ist nicht ein gewisses Geschäft, den Leuten Angst zu machen, sondern die Grundlage dessen, was ich tue, besteht darin, rein Wein einzuschenken, damit wir, wenn dieser Fall eintritt, strategisch gut vorbereitet sind und nicht blindlings in eine Situation hineinlaufen, die so ungemütliche Verhältnisse in diesem Land erzeugt, wie wir sie nicht haben wollen. Ich meine, letztendlich der Gründer vom Club of Rome hat schwarz auf weiß in seinem Buch geschrieben, die Nazis sind nicht mehr da, der eiserne Vorhang neigt sich dem Ende zu. Wir müssen was erfinden, um den Menschen Angst zu machen, damit wir die regieren können. Das Zitat kenne ich nicht und kann das nicht sagen. Da ich nicht zu den Menschen gehöre, die andere regieren, können Sie mir durchaus zutrauen, dass ich mich mit einem Thema, mit dem ich mich so lange beschäftigt habe, nicht in die Öffentlichkeit treten würde, wenn ich mir nicht sehr, sehr genaue Überlegungen dazu gemacht hätte, worin die Risiken solcher Entwicklungen bestehen und welche Ängste ich in der Tat für berechtigt halte. Völlig auf Angst in der Politik zu verzichten, ist auch keine Lösung. Okay, alles klar. Vielen Dank für das Interview. Vielen Dank.